Yo Leute, Captain Sauerland ist wieder hier und ich habe hier echt viele Clips in meine Timeline gepackt, die jetzt geschnitten werden sollen. Jeder Cutter wird wissen, das kann jetzt dauern und bei einer so langen Editing Session können sich ineffiziente Angewohnheiten echt hochrechnen und euch so letztendlich viel Zeit und Nerven kosten. Deshalb zeige ich euch in diesem Video, wie ihr euren Workflow mit Shortcuts optimiert, damit ihr euch von nun an viel souveräner durch euer Rohmaterial fressen könnt. Denn zusätzlich zur großen Zeitersparnis werdet ihr euch mit diesen Tastenkombinationen viel professioneller fühlen. Also, bis gleich nach dem Intro. Fangen wir doch mal an mit ein paar grundlegenden Shortcuts zur Navigation. Denn hier oben auf diese Playbuttons zu drücken, das kann teilweise ziemlich mühselig sein. Viel besser ist es, wenn man einfach Letters zu drückt, dann spielt es auch schon ab und wenn man nochmal Letters zu drückt, dann hält es auch schon wieder an. Stattdessen kann man zum Abspielen aber auch L drücken. Dann spielt es einfach auch ab. Ganz klassisch. Wenn wir jetzt aber nochmal L drücken, dann hält es nicht an, sondern wird doppelt so schnell. Und wenn wir nochmal L drücken, dann sogar vierfach so schnell. Wenn wir nochmal L drücken, dann sogar achtfach so schnell. Das geht immer weiter. Irgendwann leckt es halt nur noch, es leckt jetzt auch schon bei mir. Deshalb halte ich das Ganze mit Leertaste mal wieder an. Wenn wir jetzt J drücken, das hat den gleichen Effekt dann wie L, nur eben rückwärts. Und wenn wir jetzt nochmal J drücken, dann eben doppelte Geschwindigkeit rückwärts und dann wieder nochmal und dann vierfache und so weiter. Ihr versteht es schon. Mit K können wir das Ganze dann auch wieder anhalten, geht aber natürlich auch mit Leertaste. Das nimmt sich hier nicht viel gut. Aber vielleicht wollen wir jetzt eine Stelle nicht unbedingt in doppelter Geschwindigkeit anschauen, sondern vielleicht etwas langsamer, um sie etwas genauer zu inspizieren. Und da hilft uns Shift und K. Diese Tastenkombination sorgt dafür, dass das ganze Material in 0,5-facher Geschwindigkeit abspielt. Sehen wir auch hier oben 15 FPS statt 30. 30 ist hier meine normale Timeline-Frame-Rate. Wenn wir ganz normal K drücken, können wir das Ganze auch wieder anhalten und mit Space dann zum Beispiel wieder ganz normal weitermachen. Noch viel besser als so in Zeitlupe durch sein Material zu gehen, finde ich es aber Frame für Frame durch sein Material zu gehen. Dafür gibt es die Pfeiltasten. Wenn wir einfach mal hier die linke Pfeiltaste drücken, dann gehen wir eben ein Frame zurück. Sieht man jetzt hier nicht so gut. Ich nehme mal hier das andere Material, hier das hier. Dann gehen wir hier eben, wie ihr seht, immer ein Frame zurück. Und wenn wir die rechte Pfeiltaste drücken, dann gehen wir eben ein Frame vorwärts. Finde ich, ist sehr, sehr praktisch und sehr, sehr wichtig. Die Pfeiltasten können aber noch mehr, denn wenn ihr Pfeil nach oben drückt, dann landet ihr beim letzten Schnittpunkt. So, könnt ihr ziemlich schnell durch eure Clips durchgehen. Und wenn ihr den Pfeil nach unten drückt, dann kommt ihr eben zum nächsten. Schnitt. Das heißt, sehr, sehr praktisch kann man sich ziemlich schnell durchbewegen. Ich möchte mir diese Stelle hier aber jetzt nochmal etwas genauer anschauen und dafür würde ich gerne ranzoomen. Das kann man natürlich einfach hier mit diesem Regler machen, aber ist natürlich nicht so cool. Viel einfacher geht es, wenn man einfach Alt gedrückt hält und dann mit dem Mausrad hochscrollt. Weil dann kann man hier ziemlich stufenlos ranzoomen und sich das genauso hinzoomen, wie man will. Und natürlich auch entsprechend schnell wieder rauszoomen und wieder rein. Das geht einfach super, super schnell. So, jetzt sind wir hier ziemlich weit reingezoomt, spielen wir das Ganze doch mal ab. Nur, wenn wir das Ganze jetzt abspielen, dann sehen wir, der Cursor bewegt sich jetzt so an den Bildrand. Und wenn ich jetzt hier etwas bearbeiten wollen würde, wäre es vielleicht ganz gut zu sehen, was danach noch eigentlich kommt. Deshalb kann ich einfach Steuerung und Mausrad drücken und so meine ganze Timeline etwas verschieben, so dass ich jetzt hier nochmal einen besseren Überblick kriege und genau das sehe in meinem Ausschnitt, was ich haben will. Das kann ich hier zum Beispiel nochmal durchscrollen oder so. Also Steuerung und Mausrad auch sehr sehr praktisch. Auch ein Shortcut, den ich ziemlich oft nutze. Gut, jetzt wo wir uns perfekt durch unser Material hier navigieren können, ist es glaube ich mal an der Zeit tatsächlich auch einen Schnitt zu machen. Das wäre glaube ich dem Zwecke der Videobearbeitung ganz dienlich. Und ihr kennt das vielleicht, dass man jetzt dafür auf dieses Razer Tool hier drauf geht, dann hier, wo man will, einen Schnitt reinsetzt und dann hier vielleicht wieder zurück auf das Selection Tool geht. Aber das ist natürlich super super umständlich. Stattdessen wäre es auch viel cooler, wenn wir einfach irgendwo hingehen und dann zwei Knöpfe drücken und einen Schnitt machen. So, die beiden Knöpfe, die ich jetzt gedrückt habe, sind Steuerung und B. Aber Steuerung und B, das ist wieder so ein Handspagat. Also das ist wirklich kein toller Shortcut, man kann ihn schon drücken, aber es ist nicht so ergonomisch. Deshalb belegen wir uns den jetzt um. Genau. Das geht zum Glück in der Virtual Resolve super einfach, nicht wie in anderen Programmen. Adobe. Jedenfalls kann man hier einfach oben auf der Virtual Resolve gehen, Keyboard Customization. Und dann haben wir hier auch schon dieses tolle Fenster, wo wir uns direkt schon mal hier alle Shortcuts anschauen können. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal auf A drücken, dann sehen wir, A macht Normal Edit Mode. Und wir können uns auch so Shortcuts mit Steuerung zum Beispiel anschauen, indem wir hier einfach auf Steuerung drücken. Und jetzt sehen wir Steuerung A macht zum Beispiel Select All. Wir wollen jetzt aber nach einer ganz bestimmten Aktion suchen. Und dafür gibt es zum Glück dieses Suchfeld hier. Wichtig ist, dass wir davor hier All Commands ausgewählt haben, damit er auch in allen Commands sucht. Und jetzt können wir hier suchen nach Split. Denn wir wollen ja Clips splitten. Jetzt sehen wir hier auch schon mal die Suchergebnisse hier unten bei Timeline. Split Clip. Genau das wollen wir. Aber hier steht jetzt gar nicht Steuerung B als eingetragener Shortcut, sondern Steuerung Backslash. Das liegt einfach daran, dass Steuerung und B nochmal ein anderer Command ist, der eigentlich das gleiche macht. Und zwar können wir hier mal nachschauen, Steuerung B macht Razer. Razer und Split Clips ist ziemlich ähnlich, wisst ihr jetzt nicht unbedingt, wo der Unterschied ist. Deshalb tragen wir den Shortcut jetzt einfach mal bei Split Clip ein. Also mache ich das hier mal raus mit dem X und dann können wir das gleich auf unseren neuen Shortcut eintragen. Da würde ich sagen, C ist doch ganz gut, C für Cut, so und der war jetzt auch zum Glück noch nicht belegt. Es sind ja sehr viele belegt, ich kann mal Steuerung raus machen. Gut, jetzt sieht man das nicht mehr, aber wenn ich jetzt C wieder raus mache, dann sieht man C war davor noch nicht belegt. Und wenn ich jetzt C drücke, dann ist das jetzt hier eben belegt und man sieht, wenn man jetzt auch auf C geht, sieht man hier Split Clip. Perfekt. Save. Jetzt will er aber, dass wir hier einen Preset Namen eingeben, das liegt daran, dass wir das normale DaVinci Resolve Preset jetzt nicht überschreiben dürfen. Davor schützt er uns zum Glück, wäre auch irgendwie ein bisschen doof, wenn wir das könnten. Deshalb müssen wir jetzt hier ein neues Keyboard Mapping Preset erstellen und das nenne ich jetzt einfach mal tolle Shortcuts. Ihr könnt es natürlich nennen, wie ihr wollt. OK, Close und wenn wir jetzt an irgendeine Stelle gehen, da zum Beispiel und jetzt C drücken, dann kriegen wir hier einen Cut und es geht wirklich viel schneller als mit sehr komischen Rasierklingen. Gut, diese insgesamt sechs Cuts hier wären jetzt aber ziemlich unnötig. Wenn wir nicht auch Teile jetzt entfernen wollen würden, zum Beispiel den hier und dafür gibt es ja zum Glück die Löschen-Taste auf der Tastatur. Drücke ich die mal, also der Knopf über Enter, zack und da ist der Clip auch schon weg. Jetzt ist aber so eine blöde Lücke da und um die jetzt zu schließen, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich wollte euch aber unbedingt mal zeigen, was Y macht, weil das ist ziemlich hilfreich. Deshalb machen wir es mal mit Y. Also gehen wir es mal hier hin und drücken Y und wenn wir das machen, wir können mal rauszoomen mit Alt und Mausrad, wie wir wissen, dann sehen wir hier, dass alle Clips ausgewählt sind, die rechts vom Playhead sind und die können wir jetzt ganz unkompliziert hier einfach ran schieben. Trotzdem natürlich immer noch viel zu aufwendig, viel zu viele Schritte. Ich klicke mal irgendwo hin, damit die nicht mehr ausgewählt sind. Stattdessen kann man auch einfach Ripple Delete machen. Und zwar kann man einfach auf einen Clip hier draufdrücken, den zum Beispiel und jetzt Entfernen drücken und dann rücken die ganzen automatisch an. So jetzt fragt ihr euch vielleicht, wofür braucht man denn überhaupt das normale Löschen, wenn das Ripple Delete so viel besser ist? Naja folgende Situation, wir haben zum Beispiel hier einen Clip in der zweiten Videospur und wenn wir den jetzt mit Entfernen löschen, dann macht der hier unten auch irgendwas kaputt, weil er irgendwie die Timings einhalten will. Steuerung Z, auch sehr, sehr wichtiger Shortcut, falls ihr den noch nicht kennt, Steuerung Z macht alles rückgängig. Wenn wir jetzt hier statt Entfernen löschen drücken, dann ändert hier hier gar nichts, sondern der Clip verschwindet einfach aus der oberen Spur. Dafür ist das normale Löschen ziemlich gut geeignet. Jetzt habe ich hier aber schon wieder so eine blöde Lücke zum Schließen, könnte ich natürlich wieder zumachen, indem ich einfach mit Y hier alle auswähle und dann ran rücke. Es gibt aber noch eine etwas einfachere Möglichkeit und zwar kann man hier einfach auf die Lücke draufdrücken und die dann praktisch wie einen Clip auswählen und dann Entfernen drücken und dann rücken die auch nach. Gut, wir wissen jetzt also, wenn wir irgendwo etwas wegschneiden wollen, können wir einfach da hingehen, C drücken und dann hier auf den Teil, den wir nicht mehr haben wollen, draufdrücken und den mit Entfernen löschen. Diese Prozedur hier geht aber noch viel, viel einfacher, denn wenn wir einfach nur den Clip links oder rechts vom Playhead entfernen wollen, dann können wir auch Trimmen. Also Trimmen ist dieses Werkzeug hier. Hier kann ich ja mal auswählen mit T. Das ist viel cooler, als einfach nur hier drauf zu drücken. Mit A kommt ihr dann auch wieder auf den Selection Modus, also das ist auch ziemlich praktisch. Hier kann man ja auch sehen, wenn man drüber geht mit der Maus, hier Selection Mode A und Trim Mode T, so. Und wenn wir jetzt hier jetzt im Trim Mode sind, können wir einfach an ein Ende des Clips gehen, damit hier dieses Symbol kommt und dann können wir das Ganze hier hinziehen und dann haben wir praktisch den Anfang bis zum Cursor rausgeschnitten. Das Ganze kann man natürlich aber auch mit einem Shortcut machen und dieser Shortcut ist standardmäßig Steuerung und eckige Klammer auf bzw. eckige Klammer zu. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht ein englisches Tastatur-Layout habt oder so, aber ich sehe auf meiner deutschen Tastatur hier auf jeden Fall keinen separaten Knopf für die eckige Klammer, deshalb müssen wir den auf jeden Fall umbelegen. Also wieder DaVinci Resolve, Keyboard Customization und dann suchen wir einfach mal nach Trim. Und hier Trim End, Trim Start, das ist genau das, was wir wollen. Und jetzt können wir uns vielleicht mal Trim Start auf Q legen oder so. Jetzt sagt er mir aber, Q is already assigned. Gut, Mist. Wir wollen jetzt aber unbedingt Q als Shortcut haben, deshalb Cancel. Und jetzt schauen wir mal, wer hat denn hier Q? Q Source Timeline Viewer. Okay. Können wir mal danach suchen. Also Source, jetzt sollte es doch eigentlich schon kommen hier, Source Timeline Viewer, Q. Machen wir es einfach mal raus. Ist jetzt glaube ich auch ein Shortcut, den ich selber hier sowieso nicht so oft benutzt hätte und ich glaube auch die wenigsten von euch, deshalb kann man hier drauf verzichten. Und jetzt können wir auch schon wieder hier oben nach unserem Trim suchen. So. Und jetzt haben wir hier wieder unser Trim Start und jetzt können wir hier Q rein machen, weil jetzt ist es ja frei. Jetzt ist es ja dunkelgrau. Also weg damit. Q. Sehr gut. Und hier oben will ich dann gerne, weil es zu nah daneben liegt, W rein machen. W ist hier oben beim Dynamic Trim Mode, kann ich auch drauf verzichten, benutze ich auch nicht so oft. Zack. W raus. Und dann mache ich hier stattdessen W rein. Sehr gut. Safe. Super. Close. Und wenn wir jetzt an den Anfang hier eines Clips gehen, wir sollten natürlich immer noch im Trim Mode sein, kann ich einfach Q drücken und der ist weg. Und wenn ich jetzt ans Ende eines Clips gehe, kann ich einfach W drücken und das benutze ich auch beim Schneiden meiner Videos super, super häufig, also ist eine tolle Taktik, sich schnell durch sein Material durchzuarbeiten. Vor allem auch noch in Kombination mit C dann, wenn wir jetzt hier einfach zum Beispiel hier in die Mitte gehen, dann wollen wir jetzt hier einen Cut machen, dann spielen wir hier ein bisschen ab und denken, okay hier, das Stück muss raus, können wir einfach Q drücken, zack und so einfach haben wir jetzt hier auch ein Stück aus der Mitte gelöscht. Zuletzt möchte ich euch jetzt noch ein paar hilfreiche Shortcuts zum Kopieren zeigen. Gehen wir mal wieder in den Selection Modus mit A dafür, das ist glaube ich besser und wenn ihr auf einen Clip jetzt geht und den genau so noch einmal haben wollt an irgendeiner anderen Stelle, könnt ihr jetzt einfach Alt halten, einfach nur Alt und diesen Clip dann nehmen und wohin ziehen, vielleicht auch hier in eine andere Videospur, so, so passt auch. Sehr schön und jetzt haben wir den Clip hier nochmal. Man kann aber auch kopieren mit STRG C und V ganz klassisch und das bietet auch einen weiteren Vorteil. Wenn wir jetzt den ganzen Clip hier mal nehmen mit STRG C und jetzt hier irgendwo anders hingehen mit STRG V, dann wird der hier auch ganz einfach an der Stelle wieder eingefügt. Wenn wir den hier jetzt aber nicht drüber legen wollen, sondern wollen, dass hier extra mal Platz geschaffen wird für diesen Clip, dann können wir hingehen, vielleicht hier so und STRG SHIFT V und dann wird hier extra nochmal ein Cut reingemacht, eine kleine Lücke produziert, wo dann hier unser Clip perfekt reinpasst. Das wäre es eigentlich auch schon zu den Shortcuts zum Kopieren und Einfügen und weil ihr so nett wart und bis zum Ende dran geblieben seid, gibt es jetzt noch einen Bonus Shortcut und zwar, wenn man hier wie ich Clips in zwei Videospuren übereinander gestapelt hat und vielleicht sehen will, wie die Clips hier in der unteren Spur aussehen, ohne die Spur drüber, kann man natürlich einfach die ganze Spur ausstellen. Was aber noch viel cooler ist, ist einfach auf den Clip hier drauf zu gehen, den man gerade nicht sehen will und D zu drücken, weil dann wird er disabled und wenn man nochmal D drückt, wird er wieder enabled, finde ich auch ziemlich praktisch. Das wäre es dann auch schon gewesen mit diesem Video, wir wollen es ja auch short halten, damit ihr die Zeit hier gleich investieren könnt, um die Shortcuts zu lernen. Dementsprechend habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen, außer abonniert doch gerne, würde mich freuen, wir sind fast vor den 10.000, vielleicht sind wir auch schon über die 10.000 drüber, je nachdem wann ihr das hier anschaut. Aber das heißt jetzt nicht, dass ihr da nicht mehr abonnieren solltet, also nur, dass wir uns hier verstehen. Dann habe ich sonst nichts mehr zu sagen, bis zum nächsten Video, ciao!